Hallo, unser heutiges Projekt soll eine Geschenkbox werden. Dazu braucht ihr verschiedenes Papier zum Bekleben, es sei denn, die Box hat schon eine Beschichtung, Kleber, Glitzer, Pfeifenreiniger, Schere, Stifte, vielleicht Streuteile zum Bekleben oder Pompons. Da sind eurer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, wie das am Ende aussehen soll. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Ja, dann lasst uns mal loslegen. hier sind unsere fertigen Geschenkeboxen, einmal die Variante Glitzer und einmal unser Kätzchen. Viel Spaß beim Nachbasteln!